Also wie Niki Lauda an der Box und zwar in der 45. Runde zurückgefallen auf den 13. Platz. Lauda also an 6. Stelle, Andretti an 13. Stelle. Das heißt für Mario Andretti, der gemeinsam mit Carlos Reutemann in der Weltmeisterschaftswertung in Führung liegt heute wahrscheinlich kein Punktezuwachs mehr. Patrick Depayet, der gemeinsam mit Pettersson an 3. Stelle.